Hallo und Willkommen zu einer weiteren Folge von Stellaris Nemesis. Ihr wollt noch mehr sehen und mal zu mir das Blazinger passen, dann abonnieren meinen Kanal. Gut, das zweite, das dritte Konstruktionsschiff ist im Bau, dass ich hier mal fix weiterkomme und hier zu dem strategischen Punkt hinkomme. Die ersten Zerstörer sind im Bau, da wollte ich den Flottenmanager nochmal erhöhen. So. Das kostet noch übelst viel. Nein, 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 warte, 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 Flottenmanager runter, gehen wir mal auf zwei, dass wir da jeweils noch einbauen könnten. Denn Technologie, hier sind die Weltraumtorpedos in der Forschung. Gut, da geht's weiter. Gucken wir, dass wir auf Java rankommen. Ah, Hacking abgebrochen. Oh, komm ey. Das ist Hölle mit euch. Und sie versuchte heimlich in ihr Netzwerksystem der fremden Spezies mit der Bezicherung Epsilon-Elis einzudringen, um mehr über sie herauszufinden, war erfolglos. Diplomatischer Gesandter, Lim Chen und seine Wissenschaftsteam erkannten rasch, dass die Systeme, mit denen sie es zu tun haben, einfach zu fortschrittlich, aber auch ihre Aufseher zu wachsam waren. Glücklicherweise waren sie zumindest in der Lage, den Hacking-Versuch abzubrechen, ehe sie entdeckt werden konnten. Danach werden wir es auf die harte Tore suchen müssen. Das Kontakt macht Fortschritt, echt jetzt? So, Aufstiegsvorteil werden wir nicht nutzen. Ich weiß. Weiter geht's. Top, du darfst bauen. Ein. Verdammt. So. Da bleiben wir dran. Yo, das passt. Da fliegst du einfach weiter. Mal schauen, ob da eine Sackgasse ist. Na, verdammt, da bist du ja. So, komm mal hier hin. Gut, du wolltest bestimmt drüber fliegen. Das kann ich mir gerade vorstellen. Ey, bist du irre oder was? Wie gesagt, du sagst das System erkunden, das System erkunden, das System erkunden und dann zuletzt das System. Was ist denn los mit dir, ey? Ah, sehr schön. United geht runter, Dienstleistungen steigt, Blocker, Festung, also zwar nicht das, was wir brauchen, aber okay. 45. Sonst noch alles gut. So, gib Stoff drauf. Oh, ich hab gedacht, hier sind noch die Dingern, ach, egal. Halt, Stopp, kann man die Katsun hergestellt, auf dem Bildschirm. Ja, wir geben Obacht hier. Wo sind sie? Ja, wie ich gesagt hab, hier. Boah, 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 boah. Übelst Glück, eh. Wahnsinn. Gleich mal verbessern. Spionage-Netzwerk aufbauen. Ei, 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 eh. Heftig. So viel Glück gehabt. So viel Glück gehabt. Inbauen, kommunikieren. Ja, können wir machen. Wo? Gasriesenanlage, wo ist die? Ah! Ja, mega! Mega! Ja, ein großer, verlassener Raumstopp-Zone ist in einem langsamen Orbit in der Atmosphäre dieses Gasriesen gefangen. Die Schwerkraft wird diese wahrscheinlich in den nächsten tausenden Jahren vollständig zerstören. Noch ist sie nicht tief genug in der Atmosphäre eingetreten, um archäologische Expeditionen der Stationen unmöglich zu machen. Ultra! Sehr cool! Da hinten geht's nicht mehr weiter. Sehr, sehr cool! So, was fehlt hier? Ach so, das ist... Was fehlt, ist... Das will ich jetzt nicht nehmen, das Beterian. Ich will hier... Was ist hier los? Was ist Ökomenopolis? Was ist denn? Klingelt nix bei mir. Also... Kommt halt das Beterian drauf. Ja, da gehst du. Gut, das sind die Weltraum-Torpedos. Kristalle. Wir nehmen die Gauss-Geschütze hier oben. Nehmen wir das, wie schneller springen. Es geht hier auf den Schiffs-Designer. Es gibt eine neue Vorlage für den Zerstörer. Wieder ein L und... Hm. Ein M. Ach! G war das. Jetzt, ha! Ein G. Hier. Da sitzen wir doch die hier. Ja. Ja. So, dann muss ich hier mal durchklickern. Warum machst du das nicht automatisch? Okay. Das passt. Der zieht sich wieder zurück. Du p-schst da sofort weiter. Du kommst da auch an, dass du hier sofort baust. Du fliegst. Nein, mach mal so. 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 Dann hier hin. Ja, cool, ey. Sackgasse da hinten. Da haben wir einen richtig schönen Platz, ey. Was ist denn das, ey? Was ist denn dieses Ökumenpolis? Da klingelt echt nix bei mir, ey. Hölle. Hölle, 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 Hölle. Gehen wir hier auf... Was ist das? 15. Ja, nehmen wir das. Gehen wir auf die Mineralien hier. Hier oben. Klingelt einfach nix bei mir. Was mach ich denn bei dir? Nahrung passt noch. Eigentlich hab ich dich immer genommen für die Credits. Was wird sich denn hier rentieren? Ich mach mir auch schon mal ein Verwaltungsbüro drauf. Oh Gott. Meine Güte. Da viele. Tausende Dinger, ey. Boah. Ultra. Ja. Konsumgüter. Ja. 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 Ist okay. Ist okay. Da haben wir noch mehr Planeten entdeckt von denen. Gut. Das passt da auch. Baust du gleich? Bauvorhaben abgeschlossen. Sehr cool. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Hangar. Hm. Jetzt grad nicht. Ah, wir haben da wenigstens eine. Meine Güte. Da kommen Handelsknoten ohne Ende dazu. Du da unten. Gut. Dann kommst du hier hoch. Ich. Boah. Ich geh mit dir hoch. Und mit dir geh ich runter. Hm. Das sind die Gauss-Geschütze. Hm. Boah. Was geh mal denn eh? Hier. So machen wir das. Ah, bist du schon da? Jo. Baust du hier? Du baust danach. Oh. 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 Ja. Bau das mal zu. Ah. Ah. Eine Ozeanwelt. Das ist ja nice. Gleich mal weiter. Ja. Du bist schon im Bau. Das passt auch. 16 noch. Machen wir. Wären die bisschen stärker. Minimal, ja. Ist okay. 13 noch. Ich denke, ich mache dir die Grenzen zu. Machen wir die Grenzen dicht. Hä? Was ist da los? Sind die im Krieg? Oh ja. Die sind auch im Krieg. Gut. Die sind draußen. Die sind vorsichtig. König. Macht mir nix. Ich kann die da nicht brauchen. Sehr schön. Ah, was willst du da? Gut. Dann kannst du hier wieder zurückfliegen. Dein vergessenes Ding da machen. Und dann geht es hier unten weiter. Reichsausbreitung passt. Hier kann man noch einen bauen. Muss man nicht verstehen. Was nochmal? Ach, zwei sind's. Okay. Zwei Crystals. Aber ich denke... Ja, noch kommen wir mal aus damit. Noch geht's. Puh. Beintungslimit passt. Ich setze hier noch den zweiten Staub drauf. Gut. Weiter geht's. Sehr gut. Da kommen die. Bleiben hier in dem System drin. Da haben wir Zug gemacht. Ah, da ist Sackgasse. Das ist auch cool. Das ist auch sehr gut. Sehr gut, ey. Und tu mir hier mal weiter aufräumen. Sonnensegler. Stopp. Im Orbit. Um Asphard 2. Hier. Haben wir ein verlassenes Sonnenseelgeschiff gefunden. Das Unterlichtschiff wurde von einer unbekannten Kultur gebaut und scheint mehrere Jahrtausende alt zu sein. Eines der gewaltigen Segel hat einen großen Riss, wo es von einem Objekt durchschlagen wurde. Höchst verseinlich einen Meteoriten. Dieser Zusammenstoß scheint das Schiff unbrauchbar gemacht zu haben. Die Technologie ist zwar stark veraltet, aber hinsichtlich seiner Konstruktion wurde einige interessante Entdeckungen getroffen. Ein interessanter, wenn auch primitiver Schiffsentwurf. Sehr gut. Cool. Gleich mal einen Boost mit drauf geworfen. Nehmen wir die Gefechtsrollen mit. Das ist für die KI-Nutzung. 15. 4,5 sind das. Okay. Ein Überraschungsfang. Unsere Republik Kardor. Ein gesetzter Spionageoffizier bricht von einem erfolgreichen Akquirierung eines neuen Spionagemittels. Ah, cool. Plus 5 gibt es da. Einen mit unserer sympathisierenden Kontakt, der für unsere Einsätze bei Bedarf zur Verfügung steht. Es wurde alle notwendigen Formationen erledigt, um sicherzustellen, dass dieser neue Kontakt echt ist. Auch wurden pro Protokolle erstellt, die das Ziel haben, unter anderem das Risiko, potenzielle Doppelagenden zu minimieren. Ah, sehr gut. Die Gase sind durch. Das ist das Kristallbauen. Das ist das Triebwerk. Das ist das Bergbau. Nehmen wir das Triebwerk mal. 11. Dauert noch ein bisschen in dem Fall. Aber alles cool. Noch 2. Gut, der Monat läuft noch durch. Sehr gut. Danach geht es gleich weiter. Erst Kontakt im Starmark. Mach sofort hier hin. Ah, muss ich jetzt einen abziehen? Von wem nehme ich denn weg? Von ihm her. Gut, wo ist der eigentlich? Da unten. Müssen wir eigentlich so weiter dann. Gut, der setzt es hier drauf. Dann machen wir das so. Statt des Trickdrescht passt. Die sind hier. Was schon wieder? Ja, also dann machen wir das halt. Der ist im Bau. Danach braucht er auch 100. Ei, ei, ei. Dauert. Mit meinem Flottenmanager tun wir 900. Mal verstärken. Ich denke, das sind 3. Das sieht man wieder nicht. Egal. Hier geht es dann weiter. Da werden wir dann hier drauf gehen. Auf die Vorherrschaft. Technologie. Ein Monat. Oh, Kriminalitätsdienstleistung. Super. Super duper. Gut. Hier sind wir bei 5. Hier passt es. Und wenn ich es hier jetzt noch schaffe, dann bin ich mehr wie glücklich. Ein riesengroßes, verzweigtes System, ey. Der wird mir ein Handelsabkommen machen. Über Kommunikation. Oh, der wird mir das machen. Kommunikation. Ne, das kriegst du nicht von mir. Kriegst du von mir ein bisschen Ressourcen. Was kann ich dir anbieten? Du bist bestimmt scharf auf Teilchen. So machen wir das. Sehr gut. Dann bin ich gespannt, was da für ein Reich rauskommt. Und dann beende ich somit die Folge. Ich sage danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Servus.